Pierre-Michel Lasogga, die obligatorische Frage natürlich vorweg. Wie finden Sie diesmal meine Haare? Ja gut, ein bisschen gewöhnungsbedürftig immer noch. Ich habe Ihnen ja letztes Mal schon gesagt, die Haare ein bisschen weiter nach vorne zu tragen. Aber ja, Sie hören ja nicht auf mich. Naja gut, beim Fußball vielleicht, aber was die Haare betrifft, werde ich mich da nochmal ein bisschen umhören. Wir wollen ein bisschen über den Fußball sprechen. Das erste Testspiel wurde absolviert, das Trainingslager ist im vollen Gange. Sie sind so in einer Art Frühform. Woran liegt das? Kein Urlaub gemacht?